Du bist süß wie Schokolade Komplimente, Komplimente können sehr gefährlich sein Komplimente, Komplimente können auch mal ehrlich sein Denn die habe ich um einen Rat gefragt Denn er ist mit meiner Mami glücklich seit Jahren Soll ich glauben, was die Boys mir sagen? Bitte, Daddy, steh mir bei mit Rat und Tag Nein, 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 nein. Komplimente, Komplimente, Komplimente können sehr gefährlich sein. Komplimente, Komplimente können auch mal ehrlich sein. Freddy, der bei Schmidt und Co. die Bücher führt Schickt mir jeden Sonntag rote Rosen ins Haus Rosen sagen mehr als viele Worte Freddy ist mein Glück und oft denk ich zurück Komplimente, Komplimente Komplimente können sehr gefährlich sein Komplimente, Komplimente Können auch mal ehrlich sein Ja, 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 ja Komplimente, Komplimente Komplimente können sehr gefährlich sein Komplimente, Komplimente Können auch mal ehrlich sein Ja, 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 ja Können auch mal ehrlich sein Ja, 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 ja Können auch mal ehrlich sein Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020